Bei einem Kamerateam, ja ja klar, also es ist quasi dauerhaft natürlich, um die Aufnahmen zu gewährleisten, ein Kamerateam vor Ort, ich meine ihr seht es ja auch an den Aufnahmen, wir machen das aber so, damit es nicht auffällt, du hast quasi den Kameramann und die Teilnehmer, die fassen aber quasi von unten so an das Objektiv der Kamera, damit das natürlich für euch so aussieht, als würden die das selber filmen. Und ihr merkt es, der Ton ist eigentlich auch ganz crisp, deswegen haben wir zusätzlich im Kameramann immer noch einen Tonmann dahinter mit einer Tonangel, der ist aber, den seht ihr nicht, weil der ja hinter dem Kameramann ist und um natürlich zu gewährleisten, dass auch, ich sag mal, alles ordentlich gefilmt und dokumentiert wird, ist hinter dem Tonmann noch ein Redakteur, das ist quasi so eine Art Dreiergespann, so eine Art, weiß ich nicht. Also ihr müsst euch vorstellen, dass an der Hand des Protagonisten drei Leute dranhängen in einer Art Verbindung, so wenn die sich jetzt zum Beispiel auch mal schnell drehen, um was zu zeigen hinter sich, dann muss natürlich dieses Dreiergespann extrem schnell reagieren. So, wir haben da wirklich die Besten der Besten eingekauft, die arbeiten auch in 12-Stunden-Schichten, die wechseln natürlich immer ab, die kommen natürlich mit dem Boot dann immer alle ran, gibt es meistens immer noch ein bisschen frische Getränke, was, ne, nochmal gucken, Erze-Check, dies, das, was zu essen, kleine Schnittchen, Gurkenplatte, Obstplatte und so weiter. Besonders schwer ist in dem Moment, wenn der, ich hab dabei Knossi öfter gesehen, der filmt sich und dreht dann die Kamera um, um nach vorne zu zeigen. Das ist natürlich ein Riesenakt, dass diese drei Leute in dieser Konstellation extrem schnell mit rumkommen, aber dafür haben wir tatsächlich im Vorfeld in Deutschland hier ein zweiwöchiges Bootcamp gemacht, da war ich auch mit dabei, hab wirklich die Besten der Besten rausgesucht. Ich mein, anders kannst du so eine Serie nicht produzieren. Ich weiß, das denken viele nicht.